Uh, das klingt schon mal sehr gut. Also benutzergenerierte Inhalte finde ich schon wieder sehr, sehr gut. In der Gottes Namen. Was ist das denn? Entschuldigung. Irgendwie muss ich gerade an so einen Hutladen denken. Ist eigentlich auch rum? Ach ja. Ja, ja, Wolf. Ist schon klar. Es würde mich... Bebaubare Nutzfläche. Raubere Wochenende? Ja, Wochenende. Oh. Zweiter, ich danke dir für den Follow. Wie gesagt, leider funktioniert es heute mit dem Twitch-Alerts nicht so ordentlich. Also wegen... Vermutlich ist es tatsächlich schuld, dass es eine Monitoraufnahme ist. Ich danke dir. Vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Und es freut mich, dass es dir gefällt. Mach es dir gern bequem. Ja, oder? Das ist einer der dicken Föhler. Da hört schon wieder irgendein Kind. Das ist okay. Feier ich. Bin ich gut. So, Felsformationen. Auf einem wie so riesige Felsen. Ach nein, es gibt auch kleine Felsen. Okay. Also kleinere. Sagen wir mal nicht klein, aber zumindest kleinere. Ach, die kann ich auch ineinander boxen. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Guter Anfang. Aber ich kann eben den Hibiskus nicht reinsetzen. Doch, kann ich. Ah. Ja. Der Hibiskus hat extrem eine Chance da unten. Er ist des Todes. Mittlerer Inselbusch. Hm. Naja. Das haut mich nicht so vom Hocker. Aber das ist eben genau das, was ich sage. Wenn hier so ein bisschen, wenn hier so von alleine ein bisschen Vegetation auf dem Boden wäre, ne? Wäre das ja schon wieder... Was ich übrigens mag, also um das mal noch, äh, nochmal zu zeigen, ist, dass das, das hier so, dass es dann den Vordergrund scharf macht und den Hintergrund, äh, so unscharf, ne? Wenn man irgendwo nahe ranzcrollt, das gefällt mir. Das finde ich schon wieder sehr schön. Das hat was. Was, der Stream liegt? Aber nicht bei mir. Dafür kann ich nichts, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Schon, was machst du denn bei so beruflich? Das finde ich auch, äh, in der Skala, das habe ich mir so ausgesucht. Also ich habe, äh, wo ich da angefangen habe, ich arbeite im Support für einen, äh, Softwareentwickler. Ähm, hauptsächlich für EDV-Software. Und mache dort komplett noch das Marketing für das Unternehmen. Und wo ich dort angefangen habe, habe ich nur drei Tage die Woche gearbeitet. Da habe ich gleich gesagt, beim Einstellungsgespräch, drei Tage. Mehr nicht. Und, ähm, dann haben wir das irgendwann auf vier erhöht, weil ich mehr, ähm, weil ich mehr zu tun hatte und es ein bisschen eng war. Und so habe ich gesagt, gut, machen wir vier Tage die Woche und seitdem sind es vier. Also es ist, äh, tja, habe halt von Anfang an gesagt, vier Tage kann ich. Und damit war das geklärt. So. Im Prinzip so in der Richtung. Bäume. Auenbaum. So. Jetzt müssen wir hier noch, äh, ein bisschen mehr Geld verlangen. Ich würde mal sagen, irgendwie sowas hier. Das nennen wir, äh, Pfff, da fällt mir gleich bestimmt irgendwas total tolles ein. Ja, am besten mal einen Neuladen versuchen. Das ist vielleicht eine gute Idee, Sarah Tora. Das kann nicht schaden. Rauben macht den Freitag immer frei, Boro. Ein Hinkelstein, ja. Das ist PNG-Gras. Was will sie denn noch? Er hat es, äh, eben mehr als PNG-Gras. Ja, das nervt ein bisschen. Das Geheule von den Kindern nervt schon ein bisschen. Wulf, ich hau dich. Vergiss den Ausgang. Nicht, ja, mach ich gleich, ja. Weil verfressen. Überfahrt die Rauben. Nein. Es stimmt gar nicht, dass man es von außen nicht mehr sieht. Du musst ja, äh, von, von, äh, von denen ausgucken, ne? Also wenn du hier unten bist, siehst du das noch. So. Nein, mein Headset ist nicht kaputt. Nein, ich spiele heute vermutlich kein Acken mehr. Irgendwann ärgere mich nicht. Das Plumpsklo. Das ist aber überhaupt kein Plumpsklo. Oh. Du hast da einen Pixelkragen. Guten Abend, Acak. Hallöchen. Ich hau euch. Sie wieder alle anfangen zu ärgern. So, wir, wir weichen ab vom Thema. Wie nennen wir denn nun dieses Ding hier? Bis mir was Besseres einfällt, ist es der Gerät. So. Entschuldigung. Oh, was ist jetzt hier hinten der Ausgang? Ich soll ich denn hier den Weg dran kriegen? Ah, hab ne Idee. Ähm. Mamam. Mittel. Hier, weißt du was? Ich hätte gern gebogen. So, hier rüber. Zack. So, irgendwie in der Richtung. Ähm. Hä, hab ich? Ach, verdammt. Ich hab gerade Vega ausgewählt. Ach, Mist. Winkel ist zu eng, Winkel ist zu eng, Winkel ist zu eng. Hallo, willst du mich veralbern? Veralbern mich nicht. Sein liebes Spiel. Setz den Weg. Nein, also es geht doch. So. Sehr schön. Hm. Warum liegt da Strom? Warum hast du meine Maske auch? Äh, ja. So. Die, 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 Wolf netten, das Spiel finde ich. Das Gerät. Der Gerät schwitzt nicht. Der Gerät muss nie Pause machen. Der Gerät ist immer vor dem Chef auf der Arbeit. Ja, ja. Ja, ja. Luis. Aus. Schluss jetzt. Öffnen. So, der Gerät ist fertig. Eine neue Attraktion. Kinder, freut euch. Ausrufezeichen PC, Luis. So. Ich glaube, das war jetzt NoLay. Vielen Dank, NoLay, für den Follow. Dankeschön. Und herzlich willkommen. Jafar, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. So, hier, der freut sich direkt. Als Kind muss er sich das natürlich direkt, ähm, angucken. Die Besucher empfehlen deinen Park an ihre Freunde weiter. Wieso? Das Problem ist, dass ich hier echt, äh, im Moment ins Minus laufe. Das ist nicht so gut. Daran müssen wir noch Dinge ändern. Was? Für der Gerät bezahle ich doch nicht so viel. Okay, es ist zu teuer. Äh, muss ich erst mal sehen können. Ähm, 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 ähm. Wo ist denn hier? Besser? Nicht intensiv genug. Kommt hier noch mehr? Mehr Informationen. Ich brauche mehr Informationen. Hier kommen nicht genug Informationen. Hm. Wat? Ja, die warten hier alle ganz schön lang. Hm. Das Spiel ist prinzipiell erstaunlich preiswert. Jetzt ist es euch zu günstig. Okay, dann machen wir eben so. Keine Frage. Von der Bedienung her, man gewöhnt sich schnell daran. Die Kameraführung ist sehr, sehr schön. Es hat im Prinzip jetzt schon alles das, was man so braucht. Ein paar Übersetzungen fehlen noch. Aber es ist ja, wie gesagt, noch Early Access. Also ja, dass sie es halt vermutlich einfach nicht geschafft haben. Aber es spricht mich rein grafisch nicht unbedingt an. Also das ist so ein bisschen... Ich meine, ich spiele Minecraft, deswegen kann ich da durchaus drüber wegschauen. Was mir auch fehlt, was ich hoffe, dass sie es noch machen, ist ein bisschen mehr... Ich würde hier gerne so ein bisschen mehr Emotionen irgendwie sehen. Das würde ich gut finden. Also vor allem auch so beim Fahren. Die Emotionen in den Fahrten sind ja mal völlig begrenzt. Da passiert ja quasi nichts. Ich würde hier gerne mal ganz kurz mitfahren. Darf ich mal? Dankeschön. Ja, hallo? 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 Action-Kamera? Hallo? Ah, Attraktions-Kamera? Hallo? Kann ich bei... Bei der Geräte gibt es keine Attraktions-Kamera? Jetzt vielleicht? Jetzt, jetzt, jetzt? Nein? Okay. Da nicht. Aber die sitzen halt hier ziemlich... Hm. Also bis auf, dass sie jetzt mal winken oder so, das... Da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen. Weil davon abgesehen, dass sie ihre Hände irgendwie über dem Teil ablegen. Aber gut. Ist auch nicht so schlimm. Ja, da müssen sie... Ich bin mal gespannt, ob sie da noch was dran machen. Action-Kamera! Wow! Beste Attraktion ever! Das ist für Kinder! Mann! So, das ist für Kinder. Wir bauen jetzt mal ein bisschen was Intensiveres. Einen Nervenkitzel-Attraktivität. So, was haben wir denn hier? Superflug! Das sieht ja geil aus. Was ist das denn? Da ist ja mein Park voll danach. Wo soll ich denn da noch eine Achterbahn hinstellen? Was ist das denn? Und das kostet nur 199 Dollar? Wie wir hier geneigt sind, kommen Leute schneller oder langsamer als hier. Oh, Jafar, das geht gut. Ich spiele auch beides. Ich werde auch weiterhin beides spielen. Freizeitpark in Nordkorea. Hey! Ist das jetzt... Ist das Jonas? Ist das jetzt ein Kompliment? Ah, da passen nur vier Personen rein. Was sind dieses Flugding? Aber trotzdem, das kostet nur 199 Dollar. Was ist das? Aus was besteht das? Plastik oder was? Das ist doch aus Plastik! Das muss aus Plastik sein! Kropplinge oder so was? 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 Welche Feststellung? Manuel, nicht Michael. Zwei macht mich fertig, ey! Umweltfreundlich aus recycelten Klorollen. Das spart beim Baupreis. Ha! Äh, weiß ich noch nicht. Gewiss nicht, ich glaube nicht. Für dich ja, aber nicht für das Game. Unherzettet. Ich denke auch, beide Spiele haben ihren Reiz. Ich denke auch. Ich, äh... Mal gucken. Mal gucken. Irgendwann werde ich mich dann sicherlich irgendwie mal noch festlegen, welches mir jetzt gerade besser gefällt. Aber... Immo, äh, ist alles gut. So. Also ich habe zumindest Spaß. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe Spaß. So. Was ich zum Beispiel, ähm, was hier auch ein bisschen schade ist, bei den, bei den normalen Wegen haben sie das, dass man so rund bauen kann. Bei den Warteschlangen halt leider nicht. Da...